Okay, Greenscreen, auf Position, Musik, Intro. Okay, dann kann es ja jetzt losgehen. Hallöchen, ich bin's wieder, L.L.U. Luis. Und damit herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute soll es darum gehen, dass genau heute mein YouTube-Kanal L.L.U. Luis ein Jahr alt wird. Bevor wir jetzt aber richtig mit dem Video anfangen, vergesst natürlich nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und abonnier auf jeden Fall den Kanal, aktivier die Glocke, dann verpasst du wirklich nichts mehr. Und schreibe gerne einen Kommentar mit deiner Lieblingszahl für den guten YouTube-Algorithmus. Und jetzt, let's go! So, ich würde sagen, erste Runde hier auf der weihnachtlichen Map-Präsens. Und ich gehe natürlich auch direkt in die Mitte. Und ja, also, wenn man's so sehen will, hat der Kanal, beziehungsweise hat L.L.U. Luis heute Geburtstag. Also, tja, herzlichen Glückwunsch an meinen YouTube-Kanal. Nee, vielleicht können wir den bekommen. Zack, GG! Okay, GG! Dich haben wir auch genommen, GG! Boah, ey, wir kennen uns sogar. Also, GG auf jeden Fall ein Vlog-Gigant. Du bist jetzt auf jeden Fall auch im Video. Also, GG! Und auf jeden Fall konnte ich in der Runde eben gerade gar nicht richtig ausreden. Das heißt, ich würde sagen, ich reg' jetzt hier einfach nochmal. Und zwar ist mein Kanal ja jetzt heute offiziell ein Jahr alt. Das heißt, wenn ihr mal auf mein ältestes Video, mein Kanal-Trailer geht, dann seht ihr das bei dem Veröffentlichungsdatum, dass da der 22.12.2019 steht. Und wenn ihr mal heute auf den Kalender guckt, ist heute auch zufällig der 22.12. aber in 2020. Und ja, das heißt, ich fang' erstmal auf jeden Fall mit einem ganz dicken, fetten Dankeschön an. Es ist wirklich krass, was ich jetzt in diesem einen Jahr erreicht habe. Aber es war halt sozusagen ein Jahr. Aber trotzdem kann man auch sagen, dass es irgendwie nicht ein ganzes Jahr war. Ich hab' zwar jetzt diesen Kanal jetzt schon seit einem Jahr... Okay, jetzt falten wir den erstmal. Okay, ich hab' zwar jetzt auch schon meinen Kanal seit einem Jahr und mache auch schon seit einem Jahr mehr oder weniger aktiv Videos. Aber ich würde so persönlich selber sagen, dass so richtig aufwendige Videos, so wie sie jetzt kommen, eigentlich erst seit ein paar Monaten, so seit vier, fünf Monaten kommen. Also seit nicht mal einem halben Jahr. Und ich hab' auch erst richtig Abonnenten plus seit diesen Monaten, vier, fünf Monaten gemacht. Da hatte ich dann, glaub' ich, 100 Abonnenten oder so. Also es ist echt krass. Danke, Jungs. Also es ist wirklich, wirklich krass. Ich merke, meine Abonnenten in den letzten Tagen steigen so hart. Also wirklich, ich hab' heute Morgen schon... Äh, wirklich, ich hab' heute Morgen einfach schon sieben Abonnenten gemacht. Nur in einem Morgen. Und das müsst ihr euch mal geben. Ja, für manche Leute ist das nicht so viel. Und okay, der wäre leider nicht down. Bro, Grüße gehen raus, hab' Blockgigant. Einfach Ehrenmann, Digga. Okay, jetzt lebt auf jeden Fall nur noch einer. Und den holen wir jetzt einfach schnell, würde ich sagen. Und ja. By the way, Jungs. Ich habe ja jetzt schon seit einem Jahr den Kanal-Trailer. Und ich hab' mir gedacht, ich glaube, ich werde auch bald wieder einen neuen Kanal-Trailer machen. Das heißt, ich werde bald, glaube ich, wieder einen neuen Kanal-Trailer für 2021 machen. Weil ich bin momentan echt nicht mehr so hart zufrieden mit dem Kanal-Trailer, den ich gerade habe. Die an der Stelle. Weil ich hab' halt damals auf jeden Fall zwar mir auch viel Mühe bei den Videos gegeben. Aber ich finde, man merkt wirklich, dass die Videos, die ich jetzt bringe, besser, witziger, äh, keine Ahnung. Halt einfach besser sind, als die, die ich früher gebracht habe. Und deswegen habe ich eigentlich vor, den Kanal-Trailer zu aktualisieren, kann man so sagen. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird demnächst ein neuer Kanal-Trailer für 2021 kommen. Der wird auf jeden Fall auch noch mal viel Arbeit, weil ich mir da auf jeden Fall auch wieder Mühe geben werde. Eigentlich gebe ich mir bei jedem Video Mühe, aber egal. So, ich hab' mir auf jeden Fall gerade noch ein bisschen Dia-Stuff gecraftet. Damit mein Stuff auch mehr oder weniger anständig ist. Und jetzt können wir, würde ich sagen, können wir hier direkt den ersten Gegner fighten. Und der hat leider nicht so guten Stuff. Tut mir leid, Bro. Aber so ist das halt in Skywars. GG. Aber danke, Bro, auf jeden Fall für das Dia-Schwert. Vielen Dank, Bro. Okay, da müssen wir in der EP usen. Aber wir haben eh genug, also ist nicht so schlimm. Okay, nächster Gegner ist direkt hier vorne. Ich würde sagen, den fighten wir auch mal direkt. Komm mal her, Bro. Nicht wegrennen, wir wollen doch schön fighten, Bro. Okay, Bro, GG. Was war das gerade? Oh mein Gott. Let's go. Wie sind wir da rausgekommen? Oh mein Gott. GG, Bro. Wirklich GG. Und hier ist jetzt auf jeden Fall auch noch der letzte. Den sollten wir aber jetzt eigentlich bekommen. Was war das gerade für eine unnötige EP? So, ich habe auf jeden Fall jetzt in diesem Video alles gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen spielen wir jetzt einfach am Ende hier nochmal eine ganz entspannte Runde. Sky Wars. Jungs, ich freue mich schon auf euer Geburtstagsgeschenk. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, wenn ihr mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollt, abonniert einfach diesen Kanal. Also for real, Jungs. Ihr müsst einfach nur ein Abo da lassen. Und es wäre ein riesen Geburtstagsgeschenk für meinen Kanal. Und ja. Okay, und an die Leute, die jetzt noch fragen. Nein, ich persönlich habe nicht Geburtstag. Nur der Kanal, auf dem ihr dieses Video hier gerade seht, der hat Geburtstag. Also, ihr müsst nicht an mich, an mich alles Gute wünschen, sondern es reicht, wenn ihr einfach sagt, Happy Böste an du Luis Kanal. Nein, Spaß beiseite. Oh mein Gott, GG. GG auf jeden Fall, Bro. GG. Okay, ich würde sagen, der letzte Gegner ist hier hinten. Ich glaube, wir können ihn einfach so runterknocken. Perfekt, GG. Damit wäre die Runde auch auf jeden Fall schon gewonnen. Und ja. So, ich würde sagen, das war es hier auf jeden Fall jetzt mit dem kleinen Luluis Kanal Geburtstagsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und like nicht vergessen. Schaut auf meinem Discord-Sorfer vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut. Haut rein. Und ciao. Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017